Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um eine Frage, die ich mit am häufigsten gestellt bekomme. In meinen DMs, bei Instagram, aber auch bei Workshops. Und alle wollen unbedingt mehr davon. Die meisten tun sich extrem schwer damit, mehr davon zu bekommen. Und bei TikTok ist diese Zahl sogar eher unbedeutend. Und zwar geht es um die Anzahl der Follower und die Frage, wie man das Followerwachstum beschleunigen kann. Und genau dazu möchte ich dir heute 10 Tipps geben, mit denen du die Anzahl deiner Follower steigerst. Das ist der Plan. Auf geht's! So, eine neue Runde. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist wieder Montag und heute widmen wir uns mal dem Thema Followerwachstum bei Instagram. Es ist dir ja vielleicht auch schon aufgefallen, dass in vielen Fällen die Performance von Reels immer eher schlechter wird. Und das wiederum macht es auch immer schwerer, in Instagram neue Follower für sich zu gewinnen. Und genau darum soll es heute in diesem Video hier gehen. Und ich will dir 10 Tipps geben, wie du die Anzahl deiner Follower steigerst. Wie immer, wenn dir das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn du meinen Kanal abonnierst, nicht vergessen auch die Glocke zu aktivieren, damit du montags kein Video mehr verpasst. Und damit legen wir auch direkt los mit Tipp Nummer 1. Und ich habe es ja gerade schon angesprochen. Viele haben ja die Erfahrung gemacht, dass Reels einfach immer schlechter performen. Und trotzdem ist es weiterhin so, wenn du mit deinem Content in Instagram neue User auf dich aufmerksam machen möchtest, dann sind Reels immer noch das beste Format dafür. Denn Reels landen sowohl im Newsfeed als auch im eigens dafür erschaffenen Reelsfeed. Und genau da hast du jetzt die Chance, Menschen auf dich aufmerksam zu machen, die dich und deinen Content noch nicht kennen. Denn wenn du in Instagram die Anzahl deiner Follower steigern möchtest, dann musst du unbedingt diese Grundformel beachten, die ich dir jetzt erkläre. Und diese Formel besteht jetzt aus zwei Teilen. Im ersten Schritt ist es erstmal super wichtig, überhaupt in Instagram sichtbar zu werden. Und überhaupt erstmal andere Menschen auf dich aufmerksam zu machen. Und wenn du es jetzt geschafft hast, dann musst du im nächsten Schritt noch dafür sorgen, die Menschen zu begeistern und das Bedürfnis in den Menschen zu kreieren, dir auch zu folgen. Und warum folgt dir jemand? Dir folgt jemand, weil diese Person mehr von deinem Content möchte. Und an der Stelle kann es auch sehr, sehr hilfreich sein, wenn du dich mal selber hinterfragst. Warum folgst du anderen Accounts? Wahrscheinlich zum einen, weil es Freunde sind oder Familie. Zum anderen, weil es Themen, die dich interessieren. Und im nächsten Schritt auch Unternehmen und Marken, die dich begeistern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt Menschen folgst, die du kennst, die deine Freunde sind, ist viel, viel höher als die Wahrscheinlichkeit, dass du einem Unternehmen folgst oder einer Person, die du noch nicht kennst. Wenn du jetzt allerdings mit deinem Instagram-Kanal wachsen möchtest und auch die Anzahl deiner Follower steigern möchtest, dann musst du genau diejenigen für dich begeistern, die dich noch nicht kennen. Und auch wenn sie mittlerweile schlechter performen, sind Instagram-Reels immer noch das beste Format in der Instagram-App, um genau diejenigen zu erreichen, die dich noch nicht kennen. Und eigentlich waren in diesem ersten Tipp jetzt schon zwei Tipps versteckt. Zum einen, dass Reels das beste Format sind, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und zum anderen, dass kein Weg daran vorbeiführt, wertvollen Content zu erstellen. Und zwar Inhalte, die einen Mehrwert für deine Audience liefern. Ich weiß, ich wiederhole mich an der Stelle, aber da führt leider im Social Media Marketing kein Weg dran vorbei, regelmäßig wertvollen Content zu erstellen, der sowohl für den Algorithmus funktioniert, als auch ganz besonders für deine Zielgruppe und für deine Community, die du aufbauen möchtest. Und damit kommen wir auch schon zu Tipp Nummer zwei. Und dabei geht es um Shareable Content. Also Content, der gerne geteilt wird. Und dieser Tipp gilt sowohl für Beiträge wie Fotos, Bilder und auch Karussell-Postings, als auch für Reels. Und das ist wirklich der absolute Geheimtipp, mit dem du deine Reichweite und die Anzahl deiner Follower steigerst. Und zwar geht es dabei um das Thema Weiterempfehlung. Die meisten sind in einer WhatsApp-Familiengruppe oder tauschen sich in Gruppen bei WhatsApp oder im Instagram-Messenger mit Freunden aus. Und genau da werden auch ganz, ganz häufig Inhalte geteilt. Und genau das Gleiche passiert auch häufig in der Instagram-Story. Auch da werden häufig Inhalte, Beiträge, Reels nochmal geteilt und damit weiterempfohlen. Und der beste Weg, um jetzt neue Menschen auf sich aufmerksam zu machen, sogar noch besser als einfach nur Reels zu veröffentlichen, ist es, Inhalte zu veröffentlichen, die von Usern geteilt werden, wo dann so eine Art Weiterempfehlung stattfindet. Und auch da greift wieder die Formel aus dem letzten Tipp. Wir müssen zuallererst sichtbar werden. Und dann brauchen wir wiederum regelmäßig guten Content mit Mehrwert, der dafür sorgt, dass diejenigen, die das Ganze dann sehen, auch Lust bekommen, uns zu folgen. Also ein ganz wichtiger Tipp, erstell Content, der gerne geteilt wird. Welche Inhalte werden jetzt gerne geteilt? Zuallererst News. Dann ganz besonders auch lustige oder besonders emotionale Inhalte. Und dann sind da noch so Inhalte aus dem Alltag, mit denen man sich identifizieren kann. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben so eine WhatsApp-Familiengruppe. Und jetzt sehen wir einen Inhalt bei Instagram, der typisch ist für das Verhalten der Eltern. Dann nimmt man genau diesen Beitrag und teilt den in dieser WhatsApp-Gruppe. Und genau so entsteht dieser Weiterempfehlungseffekt. Also solche Inhalte oder auch Memes, mit denen man sich identifizieren kann, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, auch in solchen Gruppen nochmal geteilt zu werden. Dabei ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass auch dieser Content wieder zu deiner Zielgruppe und zu deinen normalen Inhalten passt. Wenn du jetzt einfach nur ein Meme veröffentlichst, was vielleicht viral geht, was auch vielleicht extrem viel geteilt wird, aber du damit eine Zielgruppe erreichst, die nicht zu deinem sonstigen Content passt, dann werden diejenigen sich deinen Account anschauen und werden dir nicht folgen, weil der Rest für sie nicht interessant und relevant ist. Deswegen auch hier wieder ganz, ganz wichtig die Info. Achte darauf, dass du Content erstellst, der immer für die gleiche Zielgruppe spannend ist, damit du so auch bei deiner Audience den Wunsch wächst, dir zu folgen, weil sie mehr davon wollen, weil sie mehr von deinen Inhalten konsumieren möchten. Tipp Nummer drei dreht sich auch wieder um die Sichtbarkeit. Und mit diesem einfachen Trick kannst du deine Sichtbarkeit in Instagram steigern und so auch neue Follower für dich gewinnen. Und zwar geht es darum, dass du Content gemeinsam mit anderen Creatoren erstellst. Da gibt es ja in Instagram beim Posten an der Stelle hier die Möglichkeit, einen solchen Collab-Partner einzuladen und dann gemeinsam einen Inhalt zu veröffentlichen. Und somit wird dieser Inhalt dann über beide Accounts ausgespielt. Was natürlich super ist, weil du damit neue Userinnen und User auf dich aufmerksam machst. Und ich gebe jetzt einfach mal ein ganz simples Beispiel für Unternehmen. Stellen wir uns mal vor, wir haben ein lokales Unternehmen, vielleicht ein Eisladen. Und dieser Eisladen ist in der Straße mit vielen anderen Geschäften. Dann lohnt es sich, da einfach mal vor die Tür zu gehen und zu schauen, was die anderen Geschäfte so machen. Und dann findest du da bestimmt auch ein Geschäft, was die gleiche Zielgruppe hat wie du, was die gleichen Werte mit dir teilt und mit dem du gemeinsam Content erstellen kannst. Da würdest du natürlich jetzt keinen Laden nehmen, der genau das gleiche Produkt anbietet und damit auch den gleichen Kundennutzen erfüllt. Sondern dann nimmst du ein anderes Geschäft, wie zum Beispiel ein Modegeschäft nebendran, was damit einen anderen Kundennutzen erfüllt, was aber vielleicht die gleiche Zielgruppe hat. Und mit denen kannst du dann gemeinsam Content erstellen und auch gemeinsam Content posten. Und so macht ihr gegenseitig eure Audience auf euch aufmerksam und werdet in Instagram sichtbar. Und diese Strategie nutzen auch Podcaster, um ihre Reichweite zu steigern und mehr Hörerinnen und Hörer auf sich aufmerksam zu machen. In extrem vielen Podcasts gibt es immer wieder Gäste und auch die Hosts selber sind in anderen Shows zu Gast, um so auf ihre eigene Show aufmerksam zu machen. Und wir kommen zu Tipp Nummer 4 und da geht es um deine Inhalte und die Themen deiner Inhalte. Wenn du neue Follower dazu gewinnen möchtest, dann musst du bei neuen Followern sichtbar werden. Und dazu lohnt es sich auch mal zu schauen, ob es vielleicht Themen gibt, die für deine Zielgruppe interessant und relevant sind, die du aber bis jetzt noch nicht bespielst. Also dabei ist es ganz, ganz wichtig, jetzt nicht einfach wild neue Themen dazuzunehmen, sondern achte drauf, dass du dir neue Themen suchst, die auch für deine bestehenden Follower schon interessant sind. Und dabei ist auch hilfreich, noch mal zu schauen, wie diese Algorithmen funktionieren. Wenn du jetzt einen Beitrag in der Insta-App postest, dann spielt Instagram das ja zuerst mal innerhalb von deiner bestehenden Community aus und schaut, wie da so das Engagement ist. Und wenn das jetzt ein Thema ist, wo es gerade eine große Content-Nachfrage zu gibt, dann kann das dazu führen, dass genau dieser Inhalt auch breiter weiterempfohlen und weiter ausgespielt wird. Und genau deshalb kann es sich lohnen, mal zu schauen, ob es vielleicht Themenfelder gibt, die du aktuell noch nicht bespielst, wo aber vielleicht eine große Nachfrage in der App da ist. Denn auch diese Nachfrage ist entscheidend für den Erfolg von deinen Inhalten in der App. Und wir machen weiter mit Tipp Nummer 5 und auch da geht es darum, sichtbar zu werden. Denn nur wenn du deine Sichtbarkeit in Instagram steigerst, haben neue Menschen, die dich noch nicht kennen, die Chance, dich kennenzulernen. Und wenn du dann mit deinem Content begeisterst, kannst du auch die Anzahl deiner Follower steigern. Und genau dazu lohnt es sich, in Instagram zu interagieren, also mit Kommentaren sichtbar zu werden. Überleg dir mal, bei welchen Accounts deine Zielgruppe unterwegs ist. Schau dir dort die Inhalte an und starte dann Unterhaltungen in den Kommentaren. Reagiere dort auf Beiträge, geh dort in den Austausch. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur, dass du ein Herz oder ein Emotion darunter posten solltest, sondern schau dir wirklich Inhalte an von anderen Kanälen, von anderen Accounts, die für deine Zielgruppe interessant und relevant sind. Und geh da wirklich in den Austausch. Schreib da hochwertige Kommentare. Nimm dir auch mal einen Moment, einen längeren Kommentar zu schreiben. So kannst du über die Kommentare sichtbar werden und neue potenzielle Follower auf dich aufmerksam machen. Und weiter geht's mit Tipp Nummer 6. Und dabei geht's um Trends. Ganz viele unterschätzen, wie sehr dir Trends dabei helfen können, deine Reichweite zu steigern. Und ganz viele machen das auch einfach komplett falsch. Denn wie funktionieren jetzt Trends? Das geht bei Instagram genauso wie bei TikTok oder auch bei YouTube. Wenn sich jetzt so ein Trend in Social Media entwickelt, dann steigt meistens rasant die Nachfrage nach Inhalten zu dieser Thematik. Und in dem Moment, wo diese Nachfrage steigert, hast du auch die Chance, mit deinem Content besser ausgespielt zu werden und auch in den Recommendations zu landen beziehungsweise neuen potenziellen Followern vorgeschlagen zu werden. Und das kann jetzt ein sehr, sehr effektives Mittel sein, um die Reichweite in der App zu steigern. Und so ein Trend kann zum Beispiel eine besondere Musik sein, eine Art, ein Video zu schneiden, aber auch ein Thema, wenn es spannende News oder Neuigkeiten gibt, sich dazu zu positionieren. Auch das kann dabei helfen, dort in Instagram zu wachsen. Aber was jetzt ganz, ganz wichtig ist, es reicht nicht einfach, auf jeden Trend aufzuspringen, der vielleicht für die eigene Zielgruppe gar nicht relevant ist. Denn nur weil man einen Trend mitmacht, bedeutet das noch nicht gleich, dass man viral geht und schon gar nicht, dass damit auch die Anzahl der Follower steigt. Denn das Ganze funktioniert nur, wenn man bei einem Trend mitmacht, darüber viral geht, der Trend aber inhaltlich zum bestehenden Content passt und damit diejenigen, die einen über diesen Trend finden, auch Lust haben, einem weiterhin zu folgen. Also positionier dich zu aktuellen Themen, such dir relevante Sounds aus, guck dir an, was im Moment im Trend ist, welche Themen im Moment relevant sind, aber schau immer, dass das zu deinem bestehenden Kanal passt und zu deinem bestehenden Content und spring nicht einfach wild auf Trends auf, weil damit verwirrt man eher den Algorithmus, als dass es am Ende was bringt für das eigene Follower-Wachstum. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 7 und der ist recht simpel. Wenn du die Anzahl deiner Follower steigern möchtest und du hast bereits einen Account mit hochwertigem Content, der eigentlich schon gut funktioniert und du möchtest jetzt deine Sichtbarkeit noch weiter steigern, dann gibt es ein ganz einfaches Mittel. Du kannst Werbeanzeigen schalten. Das heißt, wenn dir deine organische Reichweite nicht ausreicht, dann kannst du ganz einfach Budget in die Hand nehmen und über Budget dafür sorgen, dass deine Inhalte noch weiter, noch besser, noch mehr Menschen ausgespielt werden. Mich würde mal interessieren, ob du schon Werbeanzeigen schaltest. Schreib das doch gerne mal unten in die Kommentare. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. So, und wenn dir das Video bis dahin schon gefällt, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst, nicht vergessen auch die Glocke zu aktivieren, damit du montags kein Video mehr verpasst. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 8. Wenn du in Instagram Menschen auf dich aufmerksam machen möchtest, die dich noch nicht kennen, dann können dir dabei Influencer helfen. Also Influencer-Marketing ist auch ein wertvolles Tool, um die Anzahl der Follower zu steigern. Auch da, ähnlich wie beim letzten Tipp, ist das jetzt wieder was, wo auch in den meisten Fällen Budget ins Spiel kommt. Denn wenn du so einen Influencer beauftragst, dann kostet das in den meisten Fällen Geld. Influencer können aber auch Experten sein, können Vereine sein, Verbände, mit denen es sich lohnt, dort vielleicht zusammenzuarbeiten. Und damit kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 9. Und das ist aus meiner Sicht aktuell der einfachste und effizienteste Weg, wenn du sichtbar werden möchtest in Social Media. Und wenn du Menschen auf dich aufmerksam machen möchtest, die dich noch nicht kennen, dann kann ich dir nur dazu raten, starte mit TikTok. Denn Instagram ist aktuell aus meiner Sicht nicht der beste Kanal für Follower-Wachstum, weil Instagram einfach noch nicht so besonders gut ist, was die Recommendations angeht. Und auch die Ausspielung von Reels wird nach meiner Erfahrung immer schlechter. Und da arbeiten sie zwar dran und da wollen sie auch besser werden. Aber wenn man jetzt in den direkten Vergleich geht, dann hat man mit TikTok einfach größere Chancen, schneller Follower für sich zu gewinnen. Also wenn du auch gar nicht sichtbar werden möchtest in Social Media und TikTok noch nicht nutzt, dann überleg dir mal, ob es nicht vielleicht doch Content-Ideen gibt, mit denen du auch TikTok langfristig bespielen kannst. Und da knüpft auch schon der zehnte Tipp an. Und der geht eigentlich in die gleiche Richtung. Und ich kann dir wirklich nur empfehlen, wirf auch mal einen Blick auf YouTube-Shorts. Ich habe ja schon mal ein eigenes Video dazu gemacht. Das verlinke ich dir gerne oben in der Ecke. Da verrate ich dir, warum es sich lohnt, genau jetzt oder eigentlich eher gestern als morgen mit YouTube-Shorts zu starten. Und genau das kann ich dir immer noch sehr ans Herz legen. Denn YouTube ist einfach ein sehr, sehr hochwertiges Umfeld. Und mit YouTube-Shorts wird das jetzt für ganz, ganz viele Creator zugänglich. Früher musste man immer regelmäßig lange Videos erstellen. Und das haben die meisten einfach nicht gepackt. Und das muss man jetzt gar nicht mehr. Denn bei YouTube gibt es jetzt auch YouTube-Shorts. Und YouTube hat auch Stories. YouTube hat ein eigenes Beitragsformat. Also es lohnt sich wirklich, auch einen Blick auf YouTube zu werfen und mal zu überlegen, ob der eigene Content nicht auch genug hergibt für einen YouTube-Kanal. Und damit vielen Dank, dass du mein Video wieder bis zum Ende geschaut hast. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns nächsten Montag hier wiedersehen. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.